Hier ist der Mond und die Venus da oben. Guck mal. Die beiden leuchten da oben. Scheiße. Ja, da wird ja immer heute nach Sternen klar sein. Kann das sein? Nein. Kann noch mehr Regen geben. So, da hinten ist sie, ne? Sie sind ein bisschen rötig da hinten. Siehst du am Horizont? Nördlich da. Er schreit dich nicht. Du hast geblitzt ganz leicht. Die alte Rekse. Nein, das ist doch die alte Rekse. Sehr gut. Der Rekse. Der Rekse. Die Rekse. der Rekse. Die Rekse. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wusste nicht, dass es die Zeit so schnell aufgeklärt hat. Ich weiß nicht. Du hast doch rausgeguckt. Ja, das war die 8. Autor. Ich saß auf Gästeklo, da hast du aufgepasst. Da war der Mut und die Windes schon zu sehen, richtig? Ja. Wie du hast gesagt, wäre ja nichts gewesen. Nein, da war der Mut und die Windes schon zu sehen. Doch, die Windes und die Windes schon zu sehen, habe ich aber auch gesagt. Ach, da war noch gar nichts, aber alles vor allem. Ach, da war der Mut und die Windes schon zu sehen. Ach, da sind die Windes schon zu sehen. Aber die verschwinden auch so lange, die verblässen hier schon, leider. Und hinten zieht die Fläsch vorbei. Ja. Regenfläsch. und dann zieht die Windes schon zu sehen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.